Hallo zusammen und willkommen zurück zum Deep Learning Studio, einer Tutorial-Reihe in Kooperation mit der Fresenius-Hochschule. Heute wollen wir uns ein Projekt suchen und zwar ein eigenes Projekt, das natürlich mit einem Studiengang der Fresenius-Hochschule zusammenhängt. Und zwar habe ich mir hier mal etwas aus der Bioinformatik rausgepickt. Bioinformatik, wie ihr wisst, ist ein Bereich, wo sich Biologie und Informatik überschneiden und das wird immer, immer wichtiger. Und ja, dazu gibt es einiges an Machine Learning Datensätzen und ich fand den hier sehr angenehm und doch sehr einfach zu nutzen auch. Es gibt natürlich auch haufenweise Datensätze für die Wirtschaftsinformatik oder die angewandte Informatik, die man auch bei der Fresenius studieren kann. Aber das hier war für mich so ein bisschen der einfachste Datensatz. Es gibt natürlich auch noch für die Bioinformatik deutlich komplexere Datensätze. Und ja, in diesem Fall geht es darum, man möchte aus der Luft herausfinden, ob man einen Kaktus identifizieren kann. Das heißt, ob man quasi über ein Luftbild sagen kann, auf diesem Fleckchen Erde steht ein Kaktus oder es steht kein Kaktus drauf. Diesen Datensatz gibt es bei Kegel.com, kostet absolut nichts. Es ist sogar eine kleine Competition, das heißt ein kleiner Wettbewerb und ihr könnt da eure eigenen Lösungen abgeben, wenn ihr das so wollt. Wir werden hier natürlich nicht die beste Lösung hinkriegen. Ich möchte euch aber anhand von diesem Datensatz zeigen, wie man da rangehen kann. Grund, warum ich den hier genommen habe und nicht einen der Millionen anderen Datensätze, die was mit Pflanzen zum Beispiel zu tun haben. Also ich habe tatsächlich nach Pflanzendatensätzen gesucht, ist, dass der hier wunderbar schön formatiert ist und alles in bester Ordnung ist. Sprich, man muss nicht unbedingt dafür sorgen, dass dann nachher noch die Dateien alle richtig stimmen. Das kann euch manchmal passieren. Wenn ihr auf Data geht, dann seht ihr hier, okay, ihr könnt das runterladen. Ihr müsst euch dazu anmelden, kostet aber nichts und ihr könnt das einfach so machen, auch mit eurem Google Account oder whatever. Kein Problem. Und dann könnt ihr diesen wunderbaren Datensatz hier runterladen und müsst ihn nur noch ganz klein bisschen modifizieren, dann habt ihr es eigentlich schon. Okay, fangen wir an. Wir haben hier diesen Datensatz. Ich hoffe, ihr könnt ihn alle einfach so runterladen. Falls nicht, meldet euch bei mir. Ich helfe euch dann natürlich wie immer. Und wir haben das Deep Learning Studio. Wer nicht weiß, was das ist, der möge bitte die letzten paar Videos angucken. So, also ihr seht, Bioinformatik ist nicht unbedingt nur DNA und Analysieren. Das gehört auch dazu, keine Sorge. Aber in der Bioinformatik kann man auch neuronale Netze, wie in unserem Fall, einsetzen, um zum Beispiel solche Probleme zu lösen. So, wir wechseln mal ganz kurz. Das ist der Datensatz, den ihr runtergeladen habt, diese .zip-Datei. Und wenn ihr das hier öffnet, dann seht ihr hier eine train.csv. Das hier braucht ihr nicht. Und die test.zip brauchen wir auch noch nicht. Was wir jetzt allerdings brauchen, ist hier train.csv. Das ist eine solche Datei, die hier einfach, hier oben steht dabei, was genau es ist. id, hasCactus. Das heißt, wir haben hier einfach das Bild, im Endeffekt den Bildnamen. Und dann eine Zahl hinten dran. Wenn da eine 1 steht, dann ist da ein Kaktus drauf. Wenn keine 1 da steht, sprich eine 0 da steht, ist halt kein Kaktus drauf. Sprich, es ist eine binäre Klassifikation. Und das wollen wir natürlich auch so trainieren. So, das Problem ist jetzt allerdings, dass hier dieser train.zip-Ordner, da sind die Bilder drin im Endeffekt, der ist auch relativ angenehm klein. Ich habe auch Datensätze mit über 100 GB gefunden. Ich glaube, da sind manche unglücklich, wenn sie sich so viel runterladen müssen. Deswegen habe ich mich mal für den hier entschieden. So, wir wollen den natürlich jetzt erstmal entpacken. Und das Problem ist, das Deep Learning Studio braucht das Ganze mit relativen Faden, weil sonst weiß es ja nicht, in welchem Ordner eure Bilder drin sind. Sprich, wenn wir das in Deep Learning Studio verwenden wollen, dann müssen wir da noch ein kleines bisschen was dafür tun. Dazu entpacken wir das erstmal hier. Wir warten ganz kurz. Und wenn wir soweit sind, dann haben wir hier einen Ordner mit Train drin. Und da sind einen ganzen, ganzen Haufen Bilder drin. Wir können uns mal eins davon angucken. Ja, sieht so aus. Ist ziemlich, ziemlich klein. Also ist wirklich ein furchtbares Pixelbrei-Bild. Aber wir müssen das trotzdem irgendwie erkennen. Und dann gucken wir uns mal das hier noch an. Da ist, ich kann das selber nicht sagen, ob da ein Kaktus draufsteht oder nicht. Aber, nun gut. Ist ja nicht unsere Aufgabe. Wir müssen nur das neuronale Netz dazu schreiben. So, wir haben hier also eine riesige Bilder-Datenbank mit, lasst mich nachgucken, 17.500 Bildern. Das ist schon mal schön. So, und jetzt haben wir natürlich hier diese train.csv-Datei, die auf diese ganzen Bilder verweist. Ein relativer Pfad wäre, wenn ich hier den Ordner train slash train slash angeben würde. Das heißt, ich hätte jetzt hier, oder unter Windows natürlich mit dem da, hätte ich jetzt hier den Pfad zu meinem Bild. Das kann ich aber hier nicht machen, weil, naja, das sind, also ich könnte schon, aber darauf habe ich ehrlich gesagt keine Lust, 17.500 Mal dieses Ding einzufügen. Das heißt, was ich jetzt mache, ist, ich verschiebe das erstmal da rein und dann verschiebe ich es da rein und auf einmal habe ich alles, was ich brauche. So, das heißt, hier ist jetzt irgendwo unsere train.csv drin, da unten. Und jetzt kann ich einfach alle markieren und hier einmal kurz zippen. Das heißt, zum Archiv hinzufügen. Achtet darauf, dass ihr eine .zip-Datei erstellt, also keine RAR oder sowas, oder auch keine RAR4, sondern eine ZIP-Datei. Ihr müsst die Kompressionsmethode nicht ändern, Werderbuchgröße könnt ihr auch alles so lassen und dann einfach packen. So, das dauert jetzt eine ganze Weile, während der ich euch mal wieder, naja, pausieren werde. Und währenddessen erzähle ich euch nochmal ganz kurz ein bisschen was zu Datensätzen generell. Also, im Normalfall sind Datensätze nicht so schön bereinigt, sprich eine train.csv, die wird meistens noch irgendwo Werte haben, die ihr verarbeiten oder bearbeiten müsst, weil sie so einfach nicht verwendbar ist. Ihr braucht sie in einem ganz bestimmten Format, sprich ihr braucht wirklich genau das, was ich euch gerade gesagt habe. Ihr braucht den Pfad zum Bild und dann natürlich mindestens das Ergebnis, was man erkennen möchte zum Beispiel. Wenn ihr aber keine Bilder habt, dann braucht ihr alle Werte, die irgendwie relevant sind für euch, innerhalb der train.csv-Datei. Das ist sogar meistens gegeben, aber manchmal muss man da eben auch noch von Hand ran. Und generell ist das Beschaffen von Trainingsdatensätzen wirklich der aufwendigste Teil vom Erstellen eines neuronalen Netzes. Deswegen können wir auch wirklich dankbar sein für solche wunderbaren Sachen, wie eben solche Seiten wie Kaggle zum Beispiel. Und jetzt habe ich das mal hierher kopiert. Ich nenne das jetzt einfach mal Kaktus ohne 10, sorry, jetzt. So, okay, jetzt haben wir also einen Datensatz hier, der offensichtlich nicht ganz so gut gezippt ist wie der hier, aber immerhin ist er das ein bisschen. Und den können wir jetzt hier hochladen. Nun, wir sehen hier hinten die Größe, die ist auf 19 Megabyte, relativ klein eigentlich. Also, wie gesagt, ich hatte auch schon Datensätze mit über 100 Gigabyte. Und diesen Datensatz können wir jetzt hier einfach über den Dateibrowser hochladen. Das heißt, wir gehen hier auf Datasets beim Deep Learning Studio und können hier einfach den Upload Datasets Button benutzen. So, das machen wir jetzt zunächst einmal und hier können wir dann einfach unsere Datei rein droppen. Das heißt, wir schnappen uns kaktus.zip und legen das hier rein und starten den Upload. So, fertig. Also quasi fast fertig. Jetzt dauert es noch ganz kurz. Wie gesagt, das ist kein richtiger Upload. Ihr ladet das Ding nicht ins Internet hoch, sondern einfach eigentlich ist es ein Kopiervorgang, wenn man es genau nehmen möchte. Nur, dass danach eben noch einmal extrahiert wird und dann sollte der Datensatz eigentlich relativ schnell da sein. So, nicht wundern, bei euch wird das ein bisschen länger dauern als jetzt in dem Video. Ich habe es natürlich rausgeschnitten, beziehungsweise ich werde es rausschneiden. Und wenn es fertig ist, dann seht ihr das wunderbare Ding hier. Jetzt könnte ich hier auf dieses Edit gehen und euch den Datensatz umbenennen, wenn ihr das wollt. Aber in meinem Fall ist mir eigentlich kaktus, ganz recht. Ganz recht. Und das funktioniert allerdings jetzt nur, wenn ihr Datensätze habt, die kleiner als 1 Gigabyte sind. Habt ihr Datensätze, die größer als 1 Gigabyte sind, müsst ihr hier über den Filebrowser gehen. Das heißt, ihr könnt hier einfach Filebrowser klicken und dann müsst ihr hier tatsächlich auf diesen Link klicken und den zum Beispiel in einem neuen Tab aufmachen oder auch nicht. Genau. Und dann habt ihr hier genau eine Sache, die ihr hochladen müsst. Und in diesem Datensatz, das müsst ihr euch auch nicht durchlesen, in diesem ganzen Dingern hier, also in diesem Dateibrowser findet ihr auch euren Datensatz wieder. Wenn ich hier auf Datasets klicke, dann findet ihr hier einen Kaktus. Und das ist ein Ordner, der gerade erstellt wurde für euch, weil ihr das eben hochgeladen habt. Sprich, das wurde einfach quasi auf eure Festplatte kopiert und dann hier eben entpackt. Das heißt, wenn ich hier jetzt reingehe, in meinen Kaktus-Datensatz, das dauert leider jetzt ein bisschen, weil es sind, wie gesagt, 17.500 Bilder drin plus ein paar andere Dateien. Die beiden müsst ihr nicht setzen, die werden automatisch erstellt. Und dann sehen wir hier, es sind ein ganzer, ganzer Haufen Bilder drin und ganz unten, das dauert jetzt auch wieder ein bisschen, finden wir unsere train.csv-Datei, die eben im Endeffekt alles angibt, was wir trainieren wollen. Wenn ihr jetzt einen Datensatz habt, der größer ist als ein Gigabyte, dann müsst ihr das alles selber machen. Sprich, ihr müsst hier unter Datasets einen neuen Ordner erstellen, neuer Ordner und dann über Datei hochladen, neue Dateien hochladen. Sprich, eure ganzen Bilder, eure train.csv, die müssen alle in diesem Ordner dann liegen. Achtet darauf auch wieder, dass hier in der train.csv die Dateien, also die Bilder, die ihr noch einbinden wollt, eben mit einem relativen Pfad angegeben werden, wie ich das eben schon gezeigt habe. So, und dann haben wir eigentlich alles. Jetzt brauchen wir eigentlich soweit nichts mehr. Jetzt haben wir unseren ersten eigenen Datensatz, der mit wunderbaren Kakteen zu tun hat. Und ja, wir wollen das natürlich in den nächsten paar Videos auch noch zu einem richtigen Projekt ausweiten. Wie gesagt, wir haben vielleicht nicht die besten Erkennungsraten hier, weil ich euch zeigen möchte, wie es funktioniert. Nicht, was die beste Art und Weise ist, um daran zu gehen. Das dürft ihr dann selber ausprobieren. Das ist quasi eure Übung. Gut, und ja, das ist es eigentlich auch schon. Das ist unser erster Datensatz aus der Bioinformatik. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann schaut mal ganz kurz bei der Hochschule Fresenius vorbei. Einmal kurz auf den Link in der Beschreibung klicken und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.